Sie kennen ihn aus der Untergang, Sie kennen ihn aus Mein Kampf, Sie erkennen ihn an seinem Schnurrbart, aber kennen Sie ihn wirklich? Was ist der Mikrofon? Es ist meine Bestimmung, dass mein Geburtsort ausgerechnet das schöne Städtchen Braunau am Ende ist, welches Sie sind in der Mitte ist, dass mein Geburtsort ausgerechnet das ist. Oh Gott! Und. Ja. Oh. Schwarz-Braun ist die Haasuldos. Schwarz-Braun bin auch ich, Schwarz-Braun muss mein Mädel sein, gerade so wie ich. One, two, one, two, check, check, kann man jetzt endlich loslegen? Zugegeben, mein arster Versuch, die Welt zu erobern, war nicht ganz von dem Erfolg der Krönung, den eine solch ehrgeizige Unternehmer verdient hatte. Schon bei Stalingrad war es los, aber das nächste Mal wird durchmarschiert bis nach Hollywood und dafür brauchen wir die rücksichtslose Unterstützung des ganzen Volkes. Wir benötigen eine Million Vorbestellungen weltweit, darum marschiere schnarrstrecke zu www.adolf-online.com und reserviere deine Adolf-Download für nur 9,99 Euro. Was hast du gesagt, Blondie? Aber ja doch, Blondie, du darfst unser Film auch bestellen und für nur 19,99 Euro, bevor du reichst dich sogar zum Produzenten. Ja, und dein Name erscheint im Abspann unseres Schwingfilms für die netten 1000 Jahre. Ja, so ist Braut, Blondie, wir werden diesen Kreis schon gewinnen. Ja, wenn du einen, 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 einen Untertitelung des ZDF, 2020